Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 27. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1307, heute mit den Themen Datenschutz, HDMI 2.1, FatMap, Google und TikTok. Ja, nachdem gestern die Episode ausfallen durfte, starten wir jetzt nochmals kurz durch, bevor es dann ins Wochenende geht. Was haben wir für Themen? Das mit dem Datenschutz. Da hat Apple ein wirklich cooles neues Video veröffentlicht. Perfekt zum europäischen Datenschutz-Tag, der am 28., sprich morgen, am Samstag stattfinden wird. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich werde euch das Video direkt in die Shownotes verlinken auf daily.geektalk.ca und oder im Podcast für euer Vertrauens zum direkten Anklicken und anschauen. Warum geht es da? Spielt der Ted Lasso-Star Nick Mohamed, welcher den Nate spielt, ein sehr, sehr interessantes kleines Video oder eine Rolle, in dem es eben um Datenschutz geht und wie wichtig ihm das ist und oder er sich dem klar wird und oder auch nicht. Oder schaut es euch selber an. HDMI 2.1 Einer der Punkte, die beim Mac Mini und beim MacBook bei den letzten Generationen, wo es um die ersten M-Prozessoren gegangen ist, als bemängelt wurde, war die HDMI-Schnittstelle. Da hat Apple stark nachgebessert. Mittlerweile wissen wir, dass sowohl am MacBook, aber auch am Mac Mini HDMI 2.1 als Standard drin ist und ein paar sehr, sehr schicke Finessen. Zum einen kannst du darüber einen 8K-Monitor anschliessen. Das ist nicht ohne, würde ich mal behaupten. Oder einen 4K-Monitor mit 240 Hertz. Also richtig Power geht da mit ran. Mehr sogar als über den Fundvolt-Port rübergehen. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Natürlich brauchst du dafür das passende Kabel, wenn das der Monitor nicht mitliefert. Das Kabel sollte mindestens 48 Gigabit in der Sekunde übertragen können. Weiter geht es mit dem Strava oder mit der Plattform Strava. Eine Fitness-Plattform, wo man seine Läufe aufzeichnen kann und auch sonst noch ein paar so Geschichten. Und die haben ja auch Möglichkeiten mit dem Tracking und dem Anschauen und dem Map erstellen etc. Aber das hat Strava nicht genügt und sie wollten nicht selber entwickeln oder haben gedacht, dass es anders günstiger geht und haben sich Fatmap einverleibt. Die haben sich darauf spezialisiert, das ganz schön in 3D, um mit Teilen und Community etc. zu machen. Und was macht jetzt Strava? Strava wird den Dienst oder die Lösung, die technische von Fatmap in die eigene App integrieren, lässt aber Fatmap aktuell noch laufen. Erst später wird man sich dann dafür entscheiden, ob beide Produkte parallel laufen werden oder ob es die Integration dann ist, die dann der Lösungsschluss ist oder der letzte Weg ist. Genau. Die amerikanische Regierung. Die News ist nicht ganz so neu, aber jetzt ganz klar und deutlich kommuniziert. Die amerikanische Regierung verklagt Google und zwar wegen unfairen Webbewerb. Nicht nur die Kunden haben das Nachsehen, auch die Webseitenbetreiber, die AdSense betreiben und die AdSense bekommenden, alle sind im Hintertreffen. Einzig, der profitiert davon, ist Google. Und deshalb möchte man Google oder zumindest Teile davon zerschlagen. Schon im letzten Jahr, also andersrum, Google meint natürlich, dass dem nicht so ist und dass sie die Braven sind. Doch, aber im letzten Jahr wollten sie schon die Regierung beschwichtigen und die AdTech-Abteilung separieren in eine Tochterfirma. Da hat aber die Regierung schon dazu gesagt, nee, das geht nicht so einfach, Jungs. Die Buchstaben könnt ihr anders füllen von euren Alphabet. Tja, mal schauen, wo das hinführt und wo es dann schlussendlich endet. Ich denke mal, das könnte ein Weilchen dauern. Und oder vielleicht sind sie auch so schnell wie mittlerweile in Europa. Da werden ja Dinge sehr, sehr schnell gefällt. Bei TikTok gibt es anscheinend einen kleinen Knopf. Ein Heating-Button, wie der so schön heisst. Für was ist der da? Ja, da können TikTok-Mitarbeitende, die denken, dass man gewisse Videos pushen müsste, einen Knopf drücken und dann wird das Video gepusht. Das machen sie zum Beispiel mit Prominente oder aufstrebende TikTok-Nutzende, die man meint, pimpen zu müssen, damit sie stärker an die Plattform gebunden werden. Ich muss auch mal TikTok-Videos machen und dann schauen, dass sie den Heating-Button finden und mich ein bisschen pushen. Mal schauen, wie das funktioniert und oder ob es dann auch klappen wird schlussendlich. Ja, hattet ihr schon mal ein virales Video auf TikTok? Wenn ja, lasst es mir doch via die ganzen Wege, Kommentarfunktionen auf dem Blog, auf Social Media oder per E-Mail wissen. Würde mich Wunder nehmen. Ich verwirriere mich ja da immer wieder mal auf dieser Plattform. So, das war es aber mit den heutigen Neuigkeiten. Es ist vorbei. Es ist Wochenende oder es kommt zumindest in grossen Schritten auf uns zu. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und für all diejenigen, die Urlaub haben und oder Freizeit haben und das Wochenende geniessen können, geniesst es. Bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.